Lars Lüdemann, heute hat es leider für euch nicht gereicht, ihr wart über 90 Minuten oder über 120 Minuten dominant, hattet die besseren Torchancen, konntet euch aber nicht belohnen, woran lag das? Ich würde sagen, die letzte Konsequenz vom Tor hat einfach gefehlt. Wir hatten Chancen, viele Chancen, haben sich aber nicht konsequent zu Ende gespielt oder es war einfach nur Pech, wie beim Latten Schuss oder dann ist immer noch ein Fuß dazwischen, dann haben wir den Ball nicht richtig getroffen. Mir fehlen richtig die Worte, wir hätten das Ding heute hier eigentlich gewinnen müssen, waren auch die bessere Mannschaft. Dominant, wie du schon gesagt hast, über 90 und 120 Minuten, Elfmeterschießen ist eine Glückssache und heute hat es leider nicht gelangt für uns. Alles klar, vielen Dank.